So, Burik hier. Intro muss sein. The Junction, die Kreuzung. Zur Vollständigkeit halber mache ich auch dieses Video. Allerdings gibt es hier nicht wirklich was zu beachten. Es ist einfach nur der Durchgang von A nach B. Aber was ziemlich interessant ist, sind die Lietenbelohnungen. 1000, 2000, 2000. Und auch normal 2000, 2000. Das war es dann eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Video. Ein bisschen random, ein bisschen bescheuert.